Ah, von Deadalake, Deadalake Entertainment presents Ein weiteres Deadalake-Game auf meinem Kanal. Hurra. Deadalake kann ich nur deponen, ja. Und in der Rechteaus. Auch sowas tun sie. Drücke eine beliebige Taste, um fortzufahren. Nein, erstmal will ich euch begrüßen. Ich begrüße euch offiziell. Willkommen zurück. Zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen Ken Follots, The Pillars of the Earth, die Säulen, Ken Follots, die Säulen der Erde, das Deadalake-Game zu der Roman-Vorlage. Soweit ich weiß, gibt es eine Roman-Vorlage zu. Ja, und wir drücken gleich mal eine beliebige Taste und starten das Abenteuer. Ich habe den Roman, falls ich mich nicht irre und da falsch recherchiert habe, den Roman nicht gelesen. Ich kenne mich da wirklich nicht aus. Ist alles blind. Ich kenne auch die Story noch nicht. Also, ja, mein erster Touch mit den Säulen der Erde. Wir spielen das Spiel, Knife of Twitch. Später in den Parts aufgeteilt auf YouTube. Und ich würde mal sagen, let's go. Rein in das Abenteuer. Ich kenne uns die Säulen der Erde aus der Asche. Buch 1 Kapitel 1 bis 7. Da haben wir drei weitere Bücher, also zwei weitere Bücher und drei Bücher insgesamt. Ich habe bisher nur einen Trailer von gesehen. Ich fand es ganz interessant. Und ja, beginnen wir mal das erste Buch. Lass uns darauf ein. Let's start. Ja, das Tutorial spielen wir. Kann man machen. Brauchen wir vielleicht sogar. Aktueller Ort Kathedrale. Wege dich umher, indem du links auf den Boden klickst. Bewege deinen Mauszeiger, wenn er sich zu einem Kreis verändert. Klicke mehrere Male mit der rechten Maustaste auf das Objekt, um darüber nachzudenken. Schon fliegende Hände dann erschaffen. Silly weiß, was sie tut. Ah ja, mal ein bisschen Klicke. Das ist eine Deduktion. Like Sherlock Holmes. Setzame Kinder in Überflüge. Und weiter geht's. Automatisch. Cutscene. Ah, keine Cutscene. Mal ein kleiner Übergang. Um alle Revolume, vereinten Objekte, Charakteren und Ausgänge angezeigt zu bekommen, drückst du das Mausrad und die Leertaste. Ja, bekannt aus anderen, aus anderen, alteingesessenen Dallic Games. Der Mauszeiger und dorthin. Werkzeug nehmen. Und weiter geht die Reise. Den Inventar findest du links unten auf dem Bildschirm. Klicke auch das Werkzeug, um es auszuwählen. Und jetzt können wir es einsetzen auf den Wasserspeller. Und den Wasserspeller kaputt machen. Okay. Okay. Wasserspeller arbeiten, nicht kaputt machen. Sehr schön. Sprich mit Cenni. Aktueller Ort. Kathedrale. Laufen wir mal hin und sprechen mit dir. Ja, auf die Antwort unsere Wahl müssen wir. Okay. Ah, das Timer läuft ja ab. Wie sagen wir doch, das Schütz werden sie auch mitnehmen können. Oh, okay. Erste Entscheidung. Okay. Wenn sich der Maus zeige, über ein Objekt zu verändern, benutze den Linksklick, um mein Gebiet zu erkunden. Ja. Dort geht es hinaus aus der Kathedrale. Wir haben das Tutorial überstanden. Schüwing, England. 1135. In der Zeit befinden wir uns also noch tief im Mittelalter. Nun der Mitleiter. Noch vor dem Mittelalter, sozusagen. Frühmitleiter. Das sollte reichen. Wie fühlst du dich? Kann mich nicht beklagen. Mit so einem gemütlichen Baum im Rücken. Das ist das letzte Lagerfeuer. Versprochen. Ab morgen gibt's keine Bäume mehr, sondern Mauern und ein Dach. In Shiring werde ich endlich Arbeit finden. Und was, wenn der Bischof dich auf Lebzeit anstellen will, um die Stadtmauern in Schuss zu halten? Vielleicht auch nur seinen Palast. Einfache Dinge, Tom Bilder. Nur Mauern und Dächer. Da. Ich hab ewig gebraucht, um in diesem Tümpel was Trockenes zu finden. Warum haben wir nicht einfach deinen Stab genommen? Das alte Ding würde prächtig brennen. Weil dieses Ding wertvoll ist. Er wurde nicht geschaffen, um als Feuerholz zu enden. Außerdem könnte man ihn noch verkaufen. Dann wollen wir mal sehen, ob's klappt. Okay, mache Feuer. Aktuell aus Nachtslager. Dann schauen wir mal. Voll Holz. Hm, scheint trocken genug zu sein. Sag ich doch. Ja, dann machen wir Feuer. Zunder und Feuerstein. Hurra, es brennt. Martha, willst du uns ein paar Rüben schneiden? Wir machen Suppe. Wenn's hilft. Alfred, geh und hol Wasser. Warum essen wir nicht einfach Schnee? Nein. Meine Familie verdient richtiges Wasser. Bleib sitzen. Ich kümmere mich drum. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, Tom Bilder. Was, wenn der Bischof dir eine Stelle anbietet? Wie damals in Exeter. Etwas, das deinen Fähigkeiten nicht gerecht wird, aber uns ein Leben lang ernährt. Leichte Arbeit. Etwas zu bauen ist nie leicht. Du weißt, was ich meine. Nach Exeter sagtest du, ich könnte etwas für die Ewigkeit schaffen oder ich sterbe als Baumeister von Häusern und Stellen. Aber was, wenn Häuser und Ställe deine Familie ernähren könnten? Würdest du bleiben oder würdest du weitersuchen? Schwierig. Ich weiß nicht, was darauf antworten soll. Das ist so eine Frage. Das ist schwierig. Sag nicht, du hättest nicht darüber nachgedacht. Ich weiß, ich weiß es echt nicht. Eigentlich ja, aber wir müssen auch. Irgendwie müssen wir. Ich weiß es nicht. Versprich mir wenigstens darüber nachzudenken. Ich muss vernünftiges Wasser finden. Es ist, ja, ein Hinweis. Du hast einen Hinweis gefunden. Er funktioniert wie ein Gegenstand. Nutz den Hinweis auf Personen, um darüber zu reden. Vielleicht können wir das Baby verkaufen. Das war doch nur ein Scherz. Nutz ihn mit Objekten, um darüber nachzudenken. Wie sie miteinander verbinden. Okay. Verstehe. Wasser finden, zum Beispiel mit dem Stab. Und? Siehst du schon die Sonne? Nein, aber Martha. Jetzt störe mich nicht. Ich muss arbeiten. Toms Gnomon. Das suchen später ansehen. Aha. Toms Stab. Tom erhielt dieses Mauerwerkzeug als Abschiedsgeschenk. In Exetra. 1125. Er benutzt es dafür, das Fundament neue Gebäude auszurichten. Im Schatten des Stabs können Zeit- und Himmelsrichtungen abgelesen werden, sodass eine Kirche standardgemäß nach Osten ausgerichtet werden kann. In Exeter hat Tom das erste Mal in Kathedralen Bauern mitgewirken können. Zunächst arbeitet wie jeder andere. Sein Baumeister kritisiert ihn oft dafür, dass er erwartet, der Qualität nicht gerecht zu werden. Schon bald begann Tom zu verstehen, wie wichtig Proportionen, Zahlen, Symbolik und die fast magischen Formen für stabile Konstruktionen sind. Und der Stab erinnert ihn an seinen Traum eines Tages von Grund auf eine perfekte Kathedrale zu errichten. Sehr schön. Karten haben wir noch keine. Genau. Das ist nur ein Stab. Keine Wünsche. Okay. Aha. Hast du hier irgendwo einen Bach gesehen? Nee. Überall nur Wald. Okay. Haben wir eine Metallkiste. Den sollten wir vielleicht mal mitnehmen, um Wasser zu schöpfen. In den letzten Sachen, die wir noch nicht verkaufen mussten. Mir geht's gut. Ah, da sind Ammon. Es ist kalt. Und fröstelt. Tief im Wald. Da haben wir noch einen kleinen Vogel und Pfütze. Ich kümmere die irgendwie. Zu hart für meine Faust. Vielleicht klappt's, wenn ich meinen Kessel benutze. Dann verlieren wir vielleicht einen Kessel. Häuser und Stelle. Ähm. Dächer und Mauern. Ich könnte so viel Größeres schaffen. Das stimmt. Aber ich muss meine Familie ernähren. Komm, wo bleibst du? die antwort ist auf jeden fall hat es heute reichen wir nehmen es mit das eis wasser die lösung auf die frage wollen einen anderen job annehmen würde das ist ein städte sich nicht werden sie werden zu wahrscheinlich müssen hier nicht dadurch gucken und über das feuer erst mal legen damit das ding ist ausgürt trinkbar gemacht wird und hast du darüber nachgedacht was ich gesagt habe ich werde wohl nie eine kathedrale bauen wäre das wirklich so schlimm was ist so toll an einer kathedrale du hast doch schon einige gesehen waren die nicht beeindruckend doch aber es gibt auch schon so viele warum musst du noch mehr bauen gott hat doch schon genug häuser darf ich wenn es sein muss also beginne mit dem dach ja sicher im grunde ist eine kathedrale nicht anders als ein gewöhnliches haus es fängt immer ganz einfach an mit ein paar mauern und auf die mauern kommt ein dach sehr gut ein dach um den regen abzuhalten und mauern die das dach tragen zusammen ergibt das einen großen langen dunklen raum wie eine höhle portal fenster natürlich dürfen wir auch die türen nicht vergessen und nicht nur irgendeine tür sondern eine große und beeindruckende damit möglichst viele menschen hereinkommen können aber ist es da drin nicht immer noch dunkel ja das stimmt spotman fenster darum brauchen wir fenster sonst kann man drinnen ja gar nichts sehen inzwischen hat unsere kathedrale ganz schön viele löcher bekommen leider kann nicht jedes gebäude so viele fenster haben und zugleich ein so großes schweres dach tragen was machen wir denn da solide und handfeste arbeit das machen wir wenn wir nicht wollen dass unsere höhle einstürzt muss alles perfekt sein nicht nur dick und solide sondern auch kerzen gerade und in sich stimmig die wände das dach die fenster alles perfekt proportioniert du solltest keine wörter wie proportioniert gebrauchen wenn du mit einem kind redest was bedeutet das es bedeutet schönheit nein es bedeutet mehr nicht nur dass die menschen dort trocken bleiben es wird ihnen hoffnung geben es wird ihnen hoffnung geben gebot draußen im wald was im mittelalter wie zu früh ist die fruchtblase schon gepasst draußen im wald heute morgen schon kurz nachdem wir los sind warum hast du nichts gesagt ich bin so müde ich glaube nicht dass ich das schaffe warum blutet sie so stark bitte nicht das ist ja eine geschichte streichler sie sie dich um ja am ehesten am nächsten dran und was sollen wir machen sie einfach sterben lassen oder ja wie kann ich dir helfen nicht so wird sie sterben sie wird sterben stimmt hoffentlich nicht ich kenne was irgendwie aber hier im wald dunklen kalten wald zu denken wie wir es damit ich bin bei dir ich sehe mich um und gucke mal ob ich was zum umrangen hier zu denken kann die decke wird dich wärmer das war keine schlechte idee ähm ja ich sehe mich nochmal um ok scheint nicht viel zu bringen kinder das war uns wir brauchen ein größeres feuer lassen mich das machen ich bin schneller als sie nein lass mich das bitte machen entscheidung ist schneller er soll gehen aber ich will auch helfen möglichst andere aufgabe suche etwas schild und macht zwei fäden daraus jeweils lang genug für ein halsband das siehst du dann jetzt sind wir in der geschichte dich als martha geboren wurde und lady isabella hebamme spielte du warst dabei eine kapelle zu bauen eigentlich sollte ihre markt die hebamme aus dem dorf holen aber dann sagte sie die versoffene alte hexe ich würde sie nicht mal an meine hündin ranlassen und sie ließ uns in ihre kammer und der arme lord robert konnte nicht ins bett bis martha endlich geboren wurde ich habe mehr holz aufs feuer gepackt und wird dir schon wärmer ja danke was kann ich noch für dich tun bleibt einfach bei mir auf jeden fall kann er noch irgendwas tun wir brauchen mehr wasser im schnee wenn es sein muss und schmelze ihn mache ich ich würde sagen für so ein schlechtes jahr machen wir uns ganz gut du hast deine arbeit verloren und martha wurde fast von diesem schweine dieb getötet das nennst du gut aber trotz allem sind wir immer noch füreinander da wir hatten zusammen als familie die bilder sind aus dem rechten holz geschnitzt das waren wir immer schon du glaubst wohl dass mir gleich ein granitblock zwischen den beinen herausfällt würde mich nicht überraschen aber wie ich kann es wie können wir das wie können wir wie zu hänke aus wenn wir nicht draußen in der freien wildnis furchtbar aus nein er ist perfekt er hat es geschafft ein kleines wunder und sie hat es scheinbar auch überlebt du blutest immer noch keine sorge es wird bald aufhören tom ja danke dass du meine hebamme warst weißt du noch als du damals nachts zu mir in die hütte geschlichen bist als du an der kirche meines vaters gearbeitet hast wie könnte ich das je vergessen ich habe es nie bereut mich dir hingegeben zu haben nicht einen moment für nichts bin ich so dankbar wie für unsere gemeinsame zeit ich auch ich hoffe du wirst deine kathedrale bauen ich dachte du wärst dagegen das war ich aber ich habe mich geirrt du verdienst etwas schönes baue eine schöne kathedrale für mich jetzt haben wir eine quest Papa was ist mit ihrem gesicht los Agnes Agnes wach auf ach du schunde das ist traurig verdammt traurig verdammt man A Game by Mads Kempke, Kevin Metz. Carsten Fichtelmann war wieder mit dabei. Und noch einige andere. Na, das wird ein spannendes Spiel. Wie gesagt, ich kenne die Romanvorlage nicht. Umso spannender wird es für mich. Ich habe, wie gesagt, die Trailer gesehen. Ich weiß, dass hier Kino Elbermann hat Musik gemacht. Das ist im Mittelalter und um Kirche und um Macht und Wohlstand und dem Aufstreben der damaligen Gesellschaft geht. Ansonsten werden wir sehen, was auf uns noch so zukommt. Ken Follows the Pillars of Earth, Life of Twitch im Let's Play, in meinem Zweigenforst. Ach ja, ein kleiner Feedback, ein kleiner Rückblick. Die Säulen der Erde aus der Asche. Prolog. Was du getan hast. Du willst, dass deine Kathedrale Hoffnung gibt. Was sonst? Ja, das ist in Hoffnung geben. Nicht beeindruckend. Ja, das war die andere Version. Das ist die Ehrfurchtlehre. Das ist nicht das, was ich glaube. Du bist unsicher, ob du jede Arbeit beim Bischof annehmen solltest. Ja, einerseits müssen wir es, aber andererseits, ja, ich habe geschwiegen. Ich bin unsicher. Es fehlt dir schwer, Agnes bei der Geburt zu unterstützen. Okay, das hätte man besser machen können. Ja, wahrscheinlich die Decke schneller zu nehmen und so weiter. Sorry. Du hast Informationen über Toms Vergangenheit gefunden. Sehr schön. Ja, akzeptieren. Was sollen wir sonst tun? Ja, ich habe mir gesagt. Ja, ich habe mich. centres幕